Hallo ihr Lieben, hier ist eure Sandra mit der Folge 14 Vor- und Nachteile für eine Adipositas-Operation, also die sogenannte Magen-OP. Ich möchte euch hier einfach mal so zusammenhängend ein bisschen erklären, was die Vor- und Nachteile sind, wenn ich eine Magen-OP durchführen lasse. Da ich da häufig nach gefragt werde und auch viele Patienten bundesweit betreue, einfach mal so eine kleine Zusammenfassung. Also es gibt Zentren, die Vor-OP, was hier im Norden häufiger ist als im Süden eventuell, einfach so um das Nord-Süd-Gefälle ein bisschen darzustellen, sind sogenannte Flüssigphasen bzw. Eiweißphasen und Breiphasen. Häufig ist es so, dass einige Kliniken, bevor die Patienten in die OP gehen, noch eine Eiweißphase machen mit sogenannten Eiweißshakes und flüssigen, breiigen Lebensmitteln. Also Suppen zum Beispiel, die natürlich auch eher eiweißreich sein sollten und man in der Regel die Kohlenhydrate reduziert oder möglichst ganz weglässt. Das gleiche ist mit dieser Flüssigbreikost auch nach OP. Einige Zentren laufen 14 Tage mit Flüssig-Eiweißphase nach OP, also einer sogenannten Eiweißkost. Das sind ja meistens Eiweißshakes oder selbstgemachte Eiweißshakes und einer sogenannten Breikost, in der man ja auch Thema Gemüsesuppen und auch breige Speisen, gerade Gemüsebrei zum Beispiel, wie man das von den Babys ja kennt, dann zu sich nehmen kann. Sinn dessen ist, dass einfach das Gewicht schneller runter geht und vor allen Dingen für die Chirurgen die Lebergröße reduziert, weshalb der Magen dann besser operiert werden kann. Nahrungsergänzung ist häufig ein Thema, da die Nährstoffe bei den verschiedenen Magen-OPs nicht ausreichend aufgenommen werden und die Portionsmengen im Durchschnitt zwischen 80 und 130 Gramm oder Milliliter sind und von daher natürlich nicht genügend Nährstoffe aufgenommen werden. Das heißt, da muss Nahrungsergänzung wie Calciumcitrat, Multipräparate und weitere eingenommen werden. Die Eiweißlast nicht zu vergessen, die muss häufig mit 30 Gramm Eiweißpulver auch täglich ergänzt werden. Medis, nach OP möglichst keine Ibo zu nehmen, da muss also auch was anderes umgestellt werden. Dann gibt es natürlich Hautlappen, wenn ich relativ eine zügige Gewichtsabnahme habe, entstehen schnell Hautlappen. Diese Hautlappen-OPs sind übrigens keine Regelleistung. Dann ist es so, dass natürlich OP-bedingt Probleme entstehen können durch Veränderung des reduzierten Magens oder falsche Nahrungsmittel, die gegessen werden, kann Schluckauf, Druckgefühl, viele Patienten spielen, also erklären auch, nicht spielen, erklären auch immer so eine Art Rülpsen, also wir müssen die Luft wieder loswerden. Es gibt häufig Unwohlsein mit Unterzuckerung, was dann in das Spätdumping reingehört. Zu schnell zu viel essen kann immer zum Frühdumping auch führen. Das heißt, wir haben da schon das eine oder andere, was man aber mit einer gesunden Ernährungsberatung und gesunden Lebensmitteln, würde ich sagen, also mit einer guten Ernährungsberatung und gesunden Lebensmitteln, ich das bei meinen Patienten in der Regel alles in den Griff kriege, wenn die sich natürlich melden, vorausgesetzt, und dann wir uns die Problematik angucken. Je früher angefangen wird, die Ernährung anzupassen an den OP, desto besser für die Zeit nach OP. Ich sage immer, das Gehirn wird ja nicht mit operiert, sondern einfach nur der Magen. Und die größte Hürde ist tatsächlich nachher das persönliche Verhalten. Zu all den Informationen mit Dumping, Medis, schaut einfach schon mal auf dem YouTube-Kanal oder auch bei Twitter, Insta, TikTok vorbei oder Soundcloud für die Podcast. Ganz wie ihr mögt, dort findet ihr auch noch das eine oder andere an Infos. Und ein bisschen wird auch sicherlich noch was kommen. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr habt ein paar Grundinfos bekommen, wenn ihr euch mit dem Thema Magen-OP beschäftigt. Ich wünsche euch viel Spaß. Einen schönen Tag noch. Bis dann. Liebe Grüße, eure Sandra und Tschüssi.